Hätte ich ja wieder weiter ausnehmen können, die Kurve hier. Ah, jetzt kommen. Jawoll. Ist okay. Es sind auch nur zwei Runden diesmal. Wir schauen mal, was wir hier schaffen. Plan. Ideal wären natürlich alle vier Rennen so. Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Forza Motorsport 7 auf dem PC. Folge 22. Wir machen die Karriere der SUVs weiter, würde ich mal sagen. Ja, Maus, verpiss dich. Boah, Junge, du wickst mich auf. Ich will mal ganz kurz die... Kann man hier die Grafik? Ja. Irgendwie noch mal ganz kurz gucken, weil das ist mir hier echt, äh, nervt. Nervt echt, ne? Mann. Unbegrenzt viermal ist eigentlich okay. Weiß echt nicht. Unbegrenzt Fausting. Ja, dann legst du doch auf 60 fest, du Bastard. Gleich auch nicht. Mehr brauchen wir eh nicht. Ich hab hier jetzt ja schon auf mal zwei, weil Forza ist leider nicht ganz so... Ja, Reflexion. Machen wir mal so, komm. Ja, ich renne das ja. Naja. Gut, ich würde sagen, wir machen weiter mit modernen SUVs. Wir haben ja noch vier Rennen vor uns, also... Würde ich mal sagen. Spaß weiterhin beim LP, Alter. Beim LP. Jawohl. Letzte Folge hatten wir ja das XXL-Mega-Rennen. Alter, die Maus. Machen wir es halt raus aus dem Bildschirm. Hab ja noch einen zweiten. So. Gucken wir mal, ob er es besser verträgt, wenn es so ist. Weil ein flüssigeres Spiel macht mehr Spaß. Sind wir uns einig? Bisher sieht es aber... Wie viel geiler. Ah, zu schnell, zu schnell. Ah, bitte. Ah, wir haben immer noch den Porsche Cayenne Turbo. Und ich muss sagen, das Spiel läuft jetzt 1A. Hm. Ah, oh Gott. Ich bin auch die Corvette gewöhnt aus der letzten Map, die eiskalt über eine Stunde gedauert hat. Also, wer das XXL-Rennen sich geben will oder zumindest mal reinschalten will, der kann auf jeden Fall sich die letzte Folge reinziehen. Da ging es, äh, heiß her. Ja, der hat, hat schon ein bisschen an die Konzentration gezogen, muss man sagen. Nachdem man dann mal, nachdem man dann eine Stunde gefahren ist, knapp, äh, es wirbelst schon, ne? Ja, komm jetzt hier. Ich lass mich doch hier nicht von dem Mercedes abziehen hier. Komm. So, wir schauen natürlich mit voller Energie wieder durch. Kamera hab ich jetzt auch umgestellt. Das warme Bild ist weg. Haben wir wieder ein bisschen kühler gemacht, den Scheiß. Habe ich automatisch den Weißabgleich wieder angemacht. Dann sah es gut aus. Dann den automatischen Weißabgleich wieder ausgemacht, dass er sich nicht wieder umstellt. Weil die Beleuchtung ist immer gleich. Ah, nein. Yeah. Oh, ein bisschen Ego. Ah, schlechte Idee. Egal. Bin ich gegen die Reifen? Jawohl. Ciao. Hohohohoha. Nein. Ja, sah doch ganz gut aus. Jetzt wollen wir natürlich wieder ein bisschen weiter kommen hier. Ich hoffe mal, es wird nicht allzu oft, ähm, vorkommen, so ein langes Rennen. Äh, ich, äh, ab und zu Bock drauf natürlich. Aber, ist natürlich immer schwer mit meiner Aufnahmezeit. Weil ich immer nicht so viel Zeit habe, in der Woche zumindest am Wochenende kann ich es mir mal gönnen. Gestern war auch Wochenende für mich, als ich dieses lange Rennen aufgenommen habe. Und da konnte ich mir das leisten, aber dann, ich wollte halt eigentlich gleich mal ein paar Aufnahmen machen, weil Forza-Modospra 7 Euro gerade wieder knapp war in meinem Lager. Und dann schaffst du halt nur die. Dann ist halt auch wieder blöd. Von daher, äh, joa. Naja. Aber, haben wir es hinter uns gebracht. Hätte ich ja wieder weiter, weiter ausnehmen können, die Kurve hier. Ah, jetzt kommen wir, jawohl. Äh, ah, ist okay. Sind doch nur zwei Runden diesmal. Wir schauen mal, was wir hier schaffen. Plan. Ideal wären natürlich alle vier Rennen, so. Es wird zeitlich aber eher ein bisschen enger. Wobei, da hinten ist doch irgendwann schon mal das Ziel. Aber es sind halt noch drei. Nee, also das schaffen wir nicht. Werden wir uns auf die nächste Folge aufspannen müssen. Ach, du bist doch... Hauptsache, lenkt richtig träge in die eine Richtung, aber in die andere Richtung ist ja sofort Motivation pur, Alter. Oh Gott, hier ist die Straße. Ha! Die Reifen, man kennt sie. Machen wir mal so. Ach, das war's schon. Machen wir mal 250 Saisonpunkte auf unseren Nacken. Ja, gut. Machen wir mal. Machen wir mal weiter. Jawohl, wir stehen doch auf Rage 1, würde ich mal sagen, oder? Machen wir mal weiter. So. Wart. 16.000 ist nichts. Ey, wir bauen wieder ein bisschen krassere Autos. Ich bin auch gespannt, was da noch alles kommt. Und da sind wir auch schon wieder... Wir sind so viele Level einfach aufgestiegen. Ja, eine Corvette, Digga. Egal, jetzt zu kostenlosen Autos. Ich sage ja nicht, nee. Ja, also da sage ich eigentlich nicht, nee. Seht ihr das? Warum ist das so fehlerhaft da bei den Credits, ne? Und schon wieder ein kostenloses Auto. Also, Autos brauchen wir uns nicht kaufen, Alter. Und die nächste Strecke. Es sind wieder zwei Runden, immerhin. Ähm, Silverstone Racing Circuit. Circuit, was? Circuit. Ich sage ja, was Circuit hat. Internationale Strecke. Großes Ansehen hier. Großes Ansehen. Ach, fahr mal mit dem Panamera durch. Äh, nee, Cayenne. Ich hab den Plan von Autos, Freunde. Ich hab den Plan von Autos. Fahr mal mit dem Cayenne durch. Äh, bin ich jetzt eingefahren. Mit, fahr ich gerne. Der Cayenne Turbo sogar, ja? Alter, wie der weg geht. Wie der weg geht. 100. Oh, Wahnsinn. Das ist ein Geländewagen. Oder zumindest ein SUV. Oder SUV. Wie es manche Leute aussprechen. Ein SUV. Ja. Ja, gehen wir aus dem Weg. Ich geh, klasse. Du gehörst ja wirklich ins Gelände, Alter. BMW. BMW. Warum bist du in Silverstone und nicht in Bayern? Wo du ihn gehörst? Spaß. Ja, BMW baut doch richtig geile Autos. Muss man sagen. BMW M, äh, muss ich schon sagen. Und auch die alten. Ah, schmeckt schon, wa? Die High-Zylindermotoren. Taxi-Tacker. Haha. Die Namen. Naja, ich bin mal ruhig. Mein Name ist ja jetzt auch nicht gerade viel besser. Aber, hey, das Spiel läuft wieder krass. Also, Freunde, stellt nicht auf unbegrenzt. Ist scheiße. Es läuft so viel besser. Ja, bei Regen. Man sieht ja so viel. Aber da ist eine Runde schon um, Alter. Das schaffen wir vielleicht sogar komplett die Meisterschaft durch. Das wäre cool. Äh? Ne. Hier erst. Gott. Ah, Raddurchdrehen, Reifen. Ja, bei Regen kann man damit schon mal rechnen. Selbst bei so einem Auto. Da kriegst du alles quer. Selbst Frontantriebsautos. Na. Driften mit Frontantrieb. Nein. Was war das für ein Bremspunkt? Er war ja aber mal kräftig in den Sand gesetzt, Alter. Fast peinlich. Hier fährt er geradeaus. Und die Reifen haben aber auch alle durchgedreht. Tatsächlich. Also. Was soll's. Aber hier. Ja. Schalt doch. Ah, hier können wir ja nicht, Alter. Verpisst euch mal. Ah. Zu übermütig. Jetzt nicht die falsche, sondern erst hier. Das war viel zu spät. Auch zu spät. Auch zu spät. Ja. So. Ah. 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 Muss man schon mal so sagen. Aber. Erster Platz ist da. 300 Saisonpunkte für uns. Nice. Das ist der Scheiß. Ah. Komm. Mach hin. Wir schaffen das doch. Wir sind jetzt bei 10. Haben noch zwei Rennen. Das ist doch wunderbar. Noch gut in der Zeit. Noch sind wir gut in der Zeit. So. Äh. Mustang nehmen wir auch gerne, Alter. Wir brauchen verschiedenere Klassen. Das ist aber, äh, jetzt, äh, wieder ein bisschen längere Strecke. Ja, egal. Überziehen wir drei, vier Minütchen und dann machen wir das auch so. Ja. Und zwar fahren wir auf, ähm, Daytona Intel Speedway. Sportwagenstrecke. Ja, solche Strecken sind halt auch schon, naja. Aber, kann sehr gut variieren, weil innen drin offenbar jetzt auch immer gut, äh, Strecke gelegt ist, ne? Also von daher. Geben wir mal Gas. Sportwagenstrecke mit Geländewagen. Hm. Ach, einigen wir uns jetzt einfach mal durchgehen auf SUV. Die Polizei fährt mit. Haha, sehr geil. Naja. Ach, lasst mich doch. Ja, bremst halt. Bremst halt. Bremst halt. Sicherlich. Hast du mal eine Tür gehabt, mein Lieber? So, Taxi-Tacker. Du bist der Nächste. Ah, der bremst. Der Lambo. Der Lambo. Ach. Der Lamborghini Urus, alter. Matze, Wolf, du. Bist mir immer ein bisschen zu weit, äh, ein bisschen häufig zu weit vorne, wa? Du bist mir ein bisschen häufig vorne. Und die Highspeed gerade hier. Alter. Gucken wir mal, was das Ding drauf hat. 200. Da ist noch Luft, alter. Da ist echt noch Luft. Und hier geht's. Leider ist hier eine Einbiegung. Wo denn? Ja. Oh. Das ist ja belastend. Da wird schön dir der Speed rausgenommen. Dem kannst du das nicht machen. So. Und jetzt aber wieder. Okay. Dann haben wir wieder eine Runde um hier. Wunderbar. Alter, 260. Junge. Wo ist denn hier die Spitzschwindigkeit? Das Ding hat ja noch einen 6, einen 7 und noch einen 8 Gang. Das Ding hat 8 Gänge. Alter. Äh, ja. Gut. Machen wir es mal so. Machen wir es mal so. Schwingt den Arsch rum, Alter. Tschüss, ihr Pfeifen. Spaß. Alle nur Spaß, Freunde. Alle nur Spaß. So. Und jetzt wieder die Spaßverderberstrecke hier. Ja. Den Zeiger sollte ich ja eigentlich nicht verdecken. Machen wir es halt so. Dann möchte ich uns eigentlich das Nico nochmal. Ist natürlich sehr ungünstig. Da. Äh... Ja, ich bremse einfach mal schon mal hier. Das sieht doch ganz gut aus. Aber wir müssen weiter bremsen, leider. Okay. Alles andere hat es gut genommen. Aber immerhin. Immer nur zwei Runden. Das ist auch ein recht kurzer Carp, muss man sagen. Und da ist auch schon das Ziel, wo wir mit 200, über 260 Sachen reinfahren. Oder so, ne? Genau, 260. Mensch. Bin ich gut im Schätzen, Alter. Ich sag's euch. Das ist wirklich... Was soll man dazu noch sagen? Punkte nehmen wir natürlich auch mit. Gesamtpunktzahl. Das ist die Gesamtpunktzahl. Das ist die Gesamtpunktzahl. Das ist die Gesamtpunktzahl. Wir haben 45 Punkte Vorsprung. Was, was ist das? Ey, Digga. Es ist ja schon wieder diese Kreisstrecke. Digga. Werde ich schon mal gefahren? Das ist ja blöd, Digga. Das ist ja blöd. Das bietet nämlich mit, wenn der bremst. Tja, LR macht zu. Oh, mein lieber Matze. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du dich hinter mir einzurollen hast. Und der Taxi-Tacker. Ja, ja. Die bekannten Kinder. Wir haben ja noch zwei andere Runden. Mal kurz verschaltet. Und Senor... Currano! Die sind wir doch echt gefahren. Mit dem Truck sind wir die doch gefahren. Das war leicht ungut, würde ich sagen. Wir haben ja, dass der mir hier davonfährt. Das war leicht ungutzt. Hey, Matze. Ciao, Matze. Taxi fehlt nur noch. und so werde ich sie halt nicht einholen aber der zweite Platz wäre halt auch in dem Sinne in Ordnung als dass wir die Meisterschaft auch gar nicht mehr verlieren können auf der Platzierung, also von daher naja, Matze, komm Digga, wie lange bremse ich und stoße trotzdem gegen die Reifen, ne? Fängt das hier los? Schön ungesund für die Reifen, aber interessiert ja an dieser Stelle immer keinen Taxi, Taka Komm, willst du hin, sag mal Ja Oh, Taxi, Taka wird eng Ich fahr dich zu Boden in der Kurve, du Ich fahr, ich Hä? Ich fahr jetzt besser im Kurvenexit oder was? Ach, der U-Bus Äh, nope Ha, ha, ha Viel zu schnell Alter, was Alter, der Uro ist für ne Bremse Ich hab doch genauso gebremst wie er Ja, ein bisschen später noch, ne, aber Lenken nicht mehr möglich, wenn die Reifen durchdrehen Tja, da wäre es natürlich sinnvoll, ne? Die Reifen kann man sich auch nicht drauf verlassen Die sind so unlogisch Naja Und damit haben wir das letzte Rennen auch mit einem Sieg beendet Mensch Wer hat's gedacht? Naja Damit Würde man mal behaupten Dass das das für diese Folge auch war Nochmal die 400 Saisonpunkte Gucken wir uns das nochmal an Und dann gucken wir auch schon Was wir denn in der nächsten Folge uns wunderschönes vornehmen Ja Hm Immer fortsetzen Ist doch klar, Digga Ist doch klar Ja Nochmal die Knete hier Jawoll Okay Was haben wir noch? Wir haben noch einmal Aufstecke open Okay Eine Porsche Sache hier Okay Dann haben wir nochmal Rally Und so Wir haben gar nicht mehr hier so viel, ne? Ich würde immer sagen Wir machen einfach Ich hab keine Porsche Oder komm Lass den Porsche Nächstes Mal machen Da geht es hier weiter Freunde Vielen Dank euch wieder Fürs Zuschauen Tschüss Und bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bye 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 Bis zum nächsten Mal.